Jo moin Leute, herzlich willkommen zu Formel 2, äh Formel 3 mit dem Predictions aus Barcelona in Spanien, Katalonien mit dem Prediction Saison 2023 zum Hauptrennen. Los geht's heute um 10.05 Uhr. Live auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Das Rennen gewinnt Paul Aaron. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter so Gregori Susi. Vor Christian Menzel. Dann wird 4. Koykole. Dahinter Alejandro Garcia. Oder Alejandro Garcia. Dann auf 6. Hunter Hini. Dahinter Sophia Flörsch auf 7. Achter wird Josep Maria Marti. Und 9. und 10. kommt ins Ziel Nikita B. drin und Oliver Goethe. So, das war's vom Hauptrennen der Formel 3 aus Barcelona, Spanien, Katalonien. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis deiner Goodways. Ciao. Ciao.